Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Rage Mode ich habe mir gedacht, das letzte Mal lief die Folge so gut, naja, so gut dauert aber das letzte Mal lief die Folge etwas besser, habe ich mir gedacht, dann spiel ich ein bisschen Rage Mode weiter weil bei Rally Games, beim richtigen PvP, ist aber irgendwie nicht so ein Hauch kleiner Chance weil ich noch so schlecht bin Achtung! Auf dem Ballat! Ach, mein Mann! Okay, gestern hat es gut geklappt, heute anscheinend nicht so. Okay, heute nicht. Noch wenig Leute hier drauf. Neun Stücke. Machen die auch mal was? Ach Mensch. Oh, ich habe ihn gekühlt. Das war der erste jetzt, ne? Oh, das war der zweite. Ach, alter Knopf, ach schon wieder. Wer ist denn das? Ach, das war's. Ach, ich weiß. Ich bin hier in der Falle Baaah! Ich bin mir morgens. Okay. Wo sind die? Wo sind die? Ich meine, das kann doch nicht wahr sein. Raison vorbei. Hatte ich gerade den einen Pfeil von ihm und meinen Pfeil abgeschossen? Oh, ich bin nicht letzter. Immerhin. Doch, schaut mal noch gerne. Obwohl, gehört habe ich es ja nicht. Ich habe es nur gelesen. Ich habe es nur gelesen. Ja. Wo seid ihr denn? Oh, seid ihr da. So. Ist vorbei. Okay, 6 zu 5. 130 Punkte. Tj, g, g, g. Ah, was langsam. 8, c, t, g, g. Egal. Tjo, dann nehmen wir jetzt mal. Ja. Nehmen wir das hier. Stellen auf ein Handy gucken, was da kommt. Keine Nachrichten. Keine Nachrichten. Keine mitgekriegt. Mein Handy hat das. So, jetzt. Ich glaube, mein Handy möchte nicht, dass ich die Nachrichten lesen. Ach, jetzt gehts doch. Ah, okay. Tjo. Dann gucke wir mal. Dann gucke wir mal, was jetzt abgeht. Oh, ich muss doch gerade reingehen. Na gut. Gucke, gucke. Wo ist einer? Eins geht, oder? Da kommt einer. Und auch vielleicht nicht. Ach, scheint kaputt gemacht. Jetzt sind sie nur an. Warten, bis er da kommt. Warten, bis er da kommt. Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. So. Das wird von ungünstig. Ich fau mal an die mal an. Jetzt kann ich das. Dass hier ich da mache. Ja. So. Oh, ich hab einen getroffen. It's awesome. Ach nee. Ich hab das gesagt. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn. ich hatte den gehör ein bisschen zu spät aber ja wow cool So, I'm... Okay, gestern hat es besser geklappt, glaube ich nicht. Das war gestern wahrscheinlich Notufall. Wir haben wahrscheinlich alle so scheiße gespielt. Das war doch schlechter wie ich. Boah, nee, das kann doch nicht wahr sein. Boah, soll ich gerade herzrasen gehabt? Hä? Wo kommt der her? Ich habe mich gar nicht gesehen. Nein, doch nicht nur. Ich gehe jetzt in fünfmalen Sturm. Das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, jetzt bin ich der Letzte. Ich gehe jetzt zu grosen. Ich gehe jetzt wieder zu Dit. Ich habe ihn schon gesehen, ich habe ihn schon gesehen. Nein, das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Ein Basketballplatz, nur mit einem Korb. Oh, wir brauchen ein halber Basketball hier. Ach Mensch, ich war letzter. 5 Stück, mit mir 6, also ich war der sechste Platz, na gut, das waren 2 Runden im Rage Mode. Und ich hoffe euch hat die Folge gefallen, wenn nicht so ganz, weil ich war mal letzter, na egal, was soll's. Und trotzdem, ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Und ich hoffe euch hat beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen und tschu tschu. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.